Ja und somit ein recht herzliches Logo zu Montagspiel 16 Weile in Rasse in the Game, wir sind in Brunow Ja, eine schnelle Runde hat gereicht hier für die Pole for Lost Circle und Rinds Weiter geht's Aufgrund meines, ja, demnächst kurzen Kurzurlaub Ja, zwei Tage, kurzer Ausflug Heute noch ein 7 Rundenrennen statt 10 Also 35% statt 50 Nur kurze Info, falls ihr euch dann fragt, warum wir da 7 Runden sind und nicht 10 Kurze Info Ja Kurz eingeschränkt Nächstes Mal geht's dann wieder mit 50 höchstwahrscheinlich weiter Hallo Eddie Alles klar Dann starten wir auch gleich los, hätte ich gesagt Genau Mal schauen, wie sie jetzt auf der Strecke sind Heute hat's auch schon wieder ein Update gegeben Auch AI mäßig, KI mäßig, habe ich gesehen, hat's irgendwas gegeben Aber vor allem Flat Drake und so Sachen und ich weiß nicht was noch alles Schauen wir uns, ob uns irgendwas auffällt Aber es waren doch einige Megabyte Ich weiß gar nicht wie viel, aber Ich glaube es waren sogar über 500 Ich bin mir nicht ganz sicher Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es waren einige Megabyte Also so klein war der Patch nicht heute Ja, er fährt da dick und zu aggressiv Sandro hinter uns, vor uns Volga, sehr schön Letztes Video hat mir auch einer geschrieben Er will, dass ich in der nächsten Saison Wenn ich Moto2 fahre Was wir auch definitiv machen Dass ich hier bei Dinowald fahre Mit Cortese Und Volga Wünscht sich ein Zuseher Werden wir noch schauen, wie sich das noch weiterentwickelt Wer da noch Wünsche vielleicht hat Und ob man nicht dann vielleicht doch ein ganzes Top-Team nehmen Denn Dinowald ist nicht ganz vorne dabei Nicht 100% Eh, super, aber Ich glaube Prinz, die gelbe Maschine Sam Lowe's und Zarco Die sind glaube ich ganz vorne dabei Also wenn wir wirklich Weltmeister werden wollen Dann müssen wir da schon schauen Dass wir auch ein Top-Team kriegen Mal schauen, wie finden wir Wie viel wir jetzt werden Überhaupt Mit unserer Italo-Tranz Die so mittelprächtig unterwegs ist ungefähr Ja, Zarco ist da ein bisschen Abgerissen zu den Top-3 vorne Okay Mal was Neues War das jetzt ein Zufall Oder ist das schon der Patch? Man weiß es nicht Ah, okay Es geht doch nicht so Wie ich es mir gedacht habe Da kommt auch gleich Volga Ja, schade über mich Ich habe noch nicht den Grand Prix fertig gesehen Den letzten in echt Also Moto2 zumindest Gratulation am Maverick natürlich Ich glaube, das haben wir noch nicht besprochen hier Volga Ganz am Anfang sogar führender Und dann habe ich nur gesehen Dass er ein bisschen zurückgefallen ist So 4, 5 dann Und ich bin eh schon Ich glaube Mitte des Grand Prixs ungefähr Aber ich muss ihn noch fertig ansehen Ja, ist mir leider nichts dazu gekommen Vom Silveston war es glaube ich Genau Da war halt bei mir aktuell noch Volga knapp Außerhalb der Medaillenringe Aber Ich lasse mich dann noch überraschen Und schaue was noch passiert Also ich werde auch keine Kommentare lesen Bis ich nicht die Moto2 fertig gesehen habe Falls da jemand doch mal reinschreibt Wenn ich da spoilern den Winkel So Und die 3 Fängt jetzt zumindest mal gleich an Tom Lütti Kommt von hinten Zarko bemüht sich ranzukommen Volga jetzt auf einmal Richtung Zarko unterwegs Was ist da los? Das wird doch nicht der Page sein Oder Freunde? Gibt's doch nicht Ah ok Wenn ich von außen anbremse War das wieder fast zu früh jetzt Hm Volga holt auf Zarko auf Also was geht denn da ab? Ich pack's ja gerade überhaupt nicht Die haben doch nicht mich Erhört Ich glaub das sind die schon von Silber drauf kommen Die sind wie überhaupt 6 da? Ok Schau mal dass man da sauer hier unten hinkriegt Ich bin langsam Volga dran hier An Zarko Sintationell Boah der war nicht ganz so geil Das war dicken zu eng Das gibt's ja nicht Und jetzt bergauf Ja Verleben wir den Schwung auch noch Ah das war scheiße Ah wieder Unruhe Beim Anbremsen Freunde Was ist denn da los? Boah kann ich hier Komplett am Limit Und raus beschleunigen Da kommt schon wieder Korsi von hinten Und Lüte Eieiei Ah da können wir uns wieder ein bisschen retten Ja also ich muss ganz ehrlich sagen Brunner haben's auch Ganz gut hinbekommen Weil da haben wir eigentlich auch immer ganz easy gewonnen Also ich glaub diese Saison Oder generell Modsummi 16 Ist ein bisschen schwieriger Die haben nur einiges verbessert Da vorne war doch nicht mehr hier oder? Und hier dann die Links Da ist man nicht mehr locker vorgekommen Scheint jetzt nicht mehr so dramatisch zu sein Na wir haben uns auch wieder einen kleinen Polster verschafft Und schon sind wir wieder Wiese Hier haben wir auch so eine Sturzkurve von mir Stellenweise Beim 15er So jetzt relativ eng bleiben Dass man dann hier schön Ja da war man nicht schön drauf Da muss man halbwegs rauskommen Na ich glaub da kommt die KI Bisschen besser raus Und ticken da hinten Ah endlich die Kurve getroffen Volker dran an Zarco Zarco kommt nicht vorne an die Ding ran An die Spitze Und Volker greift an Zarco Na hier raus bin ich auch Nicht so gut drauf leider Und heute habe ich leider nicht so viel Zeit Wo es hier in Bruno wirklich ein geiler Grand Prix ist Ah jetzt kann mit der MotoGP auch interessant werden Aber ich hoffe ich beherrsche die generell ein bisschen besser als wie Ja ich bin ja nur um 1 Ring bis jetzt gefahren Oder Red Bull Ring Und da Da haben wir noch relativ schwer getan Mit der MotoGP Klasse Ja wir kommen aber ein bisschen näher Der Sache Man darf wirklich nicht wirklich Fehler machen Aber schön sauber fahren seine Runden Ja ich hab so ein bisschen meine Ecken Die KI hat so ein bisschen Exit bei den Kurven Bei der einen oder anderen Was man ein paar Meter wegnimmt Werge auf dann gleich vorne Jetzt kommen wir wieder ein bisschen näher Geht so Ja die zwei fighten natürlich auch ein bisschen Also das macht sich auch nicht unbedingt schneller glaube ich Ja Clinic Applaus Ja Yoo Ja Und das macht sich auch nicht so Ja 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 Vorletzte Runde hier in Brunner. Schwer, wir kommen, ja, wir sind da, aber hier EGB in Angriff zu setzen, dafür reicht es noch nicht. Sarko dreht sich doch schon wieder um, mal um. Wenn Sie denken, was macht denn der Volker hier? Den werde ich nicht los. Ja, und Bernie Baum kommt auch schon näher. Aber ich will ja speziell beim Anbremsen da nicht allzu viel riskieren und will nicht wegrutschen, auf keinen Fall. Da hinten schauen wir mal nach Korsi ein bisschen gut aus, das passt. Ja. Ich weiß nicht, wo es angreifen sollte. Letzte Runde, Freunde, hier in Brunner. Geiler Grand Prix, muss man sich merken. Also, wenn ich dann Zeit habe in der nächsten Saison, wenn man wieder hier sieht, Minimum ein 50er. Wenn ich dann 100 Prozent, wenn es vielleicht einmal ausgeht. Aber 50 möchte ich mindestens dann wieder fahren. Das nächste Mal in Brunner. Da ist der Morbido vorne mit dabei. Sehr unfassbar. Mit Los und Rins wahrscheinlich. Sarko quält sich da mit Volker, die da ein bisschen nebeneinander fahren. Oh, jetzt habe ich es weggeschmissen. Jetzt habe ich die einzige Chance, eventuell noch irgendwo vorbeizugehen. Ein bisschen versemmelt gerade. Da müssen wir unsere P6 nach Hause fahren. Da müssen wir unsere P6 nach Hause fahren. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Rennen beendet. Hfp6, ja. Ja, die zwei, puh, schwer. Aber unter Umständen, hätte man die können nicht mehr holen. Aber ich würde sagen, jetzt 2-0-3, was haben wir? 2-0-5, unter Schnell. Waren wir eigentlich ganz gut dabei, vorne. Miguel Oliveira mit dem letzten Bock, den ich kenne, wieder ohne. Auch Marcel Schröter. Eieiei. Luis Salom 9. Sehr schön. Perfekt. Und Lotus gewinnt vor Rins und Morbido. So, jetzt ist er vorne mit dabei, Morbido. Und dann gewinnt er leider nicht. Schade. Wie hört es aus? Mark ist überwollt. Baldassari. Bernie Baum auf der 6 mit 122 Punkten. Bei Jonas Volga dran. Aber Volga glaube ich nicht, dass das mein Gegner sein wird. Ich habe mir versucht, eher vor Lütte zu halten auf der 6. Das wird so grob mein Ziel sein, glaube ich, für die Ende der Saison. Also ganz nach vorne mit der Maschine wird es nicht gehen. Und ich bin mir gar nicht sicher, wenn wir dann, egal jetzt, Zarko-Maschine zum Beispiel nehmen, die ja absolut top ist, ob wir da um einen Weltmeistertitel mitfahren können. Puh, Freunde, also da. Da müssen wir noch überlegen. Oder es wird zumindest auf jeden Fall sehr hart. So viel kann man sagen. So, was sagt Wale? Hallo Leute, wir organisieren eine spezielle Praktik-Session bei Misano. Ich will euch alle aufgetaucht und fokussiert. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Rallye. Die will ich mal überspringen. Ach du Scheiße, jetzt kommt Silverstar und dann. Aieieieiei. Entweder gehe ich da gleich von Haus aus ein. Schwierigkeitsgrad zurück. Zurück. Was wir in der vorigen Person in der Moto3 gemerkt haben. Oder ich teste es vorher mal. Im Trockenen. Ja, hilft nichts. Muss ich machen. Fürs nächste Mal. Silverstone. Jo. Muss ich testen. Da hat man schon schlechte Erfahrungen. Gut, dann sage ich danke. Das war's. Und wir sehen uns das nächste Mal. Und gleich für alle. Ja, weil ich eben weg bin. Jetzt habe ich die zwei Videos da im Vorhinein aufgenommen. Aber Samstag wird kein Video kommen. Samstag wird kein Video kommen. Dafür das nächste wieder am Sonntag dann. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Einschalten wieder. Und ja, ich hoffe es geht sich am Samstag ein Formel 1 Rennen wieder aufnehmen kann. Aber maximal wieder nur 25 Prozent, glaube ich. Oder wir fahren am 50er und ich nehme es auf zweimal auf mit den Zwischenspeichern. Das wäre ja auch einmal ganz geil, glaube ich, wieder. Mal zum Testen gleich. Wenn ich schon keine Zeit habe, dann fahre ich es wenigstens auf zweimal vielleicht. Zu den einen oder anderen ausgewählten Grand Prix. Ich glaube, es kommt sogar ein Einsring, glaube ich. Mein Heim Grand Prix. Den muss ich schon irgendwie auf Minimum 50 Prozent bringen. 100 ist schon ein bisschen viel. Gut, mit Speichern wäre es egal. Wenn ich sage, ich fahre jetzt eine halbe Stunde. Oder vielleicht sogar 40 Minuten, wenn es so ausgeht. Und dann speichern wir ab. Aber gut. Da lasst euch mal überraschen. Es wird dann doch, ja, es wird doch höchstwahrscheinlich am Sonntag. Ich hoffe, ich kriege es hin, wieder ein Part Formel 1 kommen. Das ist immer so abwechselnd eben. Formel 1, MX und MotoGP gerade mal. Und ein bisschen Star Wars. Das sind die aktuellen Projekte. Ja, in diesem Sinne herzlichen Dank. Und eben dann bis übermorgen zum, höchstwahrscheinlich, Formel 1-Bad dann am Sonntag. Gut, das war's. Danke, bis dann. Ciao, ciao.